Mein Name ist Stefan Kühr und ich bin Gründer des Startups The Three Our Mind. Eines ist für mich sicher, 3D-Druck wird unsere Welt verändern. Die Frage ist nur, wie schnell? Charlottenburg trägt zwar offiziell den Titel Zukunftsort, aber hier in Charlottenburg fing auch alles an. In einem kleinen Raum, dort oben an der Technischen Uni Berlin. Unser jüngst gestaltetes Portal 3D-Button.com, damit ist der Druck auf Mausklick möglich, hat innerhalb weniger Wochen schon tausende Anwender in aller Welt überzeugt. Der Anwender spart durch stundenlange, mühevolle Detailarbeit und auch jede Menge Geld. Dieses enorme Potenzial werden alle Menschen und Unternehmen aber erst dann nutzen können, wenn die 3D-Datenherstellung am Computer mit Fertigungsanlagen, also 3D-Druckern, halbungslos verknüpft wird. Wir von Three Our Mind sitzen genau an dieser wichtigen Schnittstelle. Dass wir mit unserem Angebot ins Schwarze getroffen haben, zeigt einen Blick auf unsere Kunden, DAX-Konzerne, Ministerien oder große Architekturbüros. Wir haben letztes Jahr Berlin auf einer internationalen Konferenz in New York vertreten und wurden unter die 100 wichtigsten jungen Digitalunternehmen gewählt. Ich werde nie vergessen, was Berlin für unser Start-up getan hat. Und damit ihr es auch nicht vergesst, möchte ich euch gerne auf der Expo in Mailand einen gedruckten Schlüsselanlegger schenken. Für jeden Kreativen mit einer guten Geschäftsidee, komm hier nach Berlin, mach's wie wir. Nutzt deine Chance hier in der Stadt der Chancen. Wir sehen uns.